jetzt geht es los ich stehe mich auf die waage ok liebe freunde der moment ist gekommen also das was jetzt kommt wenn du das wirklich seht ohne dass du in einem balken oder smiley ist dann seht du ja mein wahres körpergewicht was ich jetzt am 28.3 2021 und let's go da schaut euch das an das ist ein riesen bauch männer titten bis zum abwinken also das werdet ihr sehen wenn ich 80 kilo hab was da passiert ist einfach schaut euch an wie dick ich bin mein sowas schaut euch spartaner ok liebe leute also wenn ihr das seht dann habe ich die challenge gewonnen und die transformation ist zu ende darum gibt es auch einen kleinen tanz uuuu yeah ok gut liebe freunde haut rein das war auf jeden fall mal es kommt jetzt noch was aber da bin ich wieder angezogen haut rein so liebe freunde ich hab wieder was an ob das kommt alles dann in das video ich weiß nicht wie lang die 80 kg challenge also wie viel ich abnehmen muss sage ich euch nicht aber wenn ich die challenge geschafft habe kommt sofort ein video und das wird mega nice da sieht man dann eine transformation ich werde euch dann auch sagen wie ich es geschafft habe ich habe mehrere wie soll ich das nennen mehrere methoden um abzunehmen also nichts mit medikamenten oder so was brauche ich nicht ich mache das mit meiner birne also ja mit meinem körper also ihr werdet genau noch erfahren was ich dadurch mache und wenn ihr mich nackig tanzen seht habe ich das video geschafft also die challenge auf jeden fall das war das montags video habe ich heute am sonntag gedreht das klar ist auf jeden fall läuft 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 ich hoffe ich schaffe die challenge sagen wir mal august hätte ich schon gern aber jetzt schauen wir mal schauen wir mal ich schaue das so schnee wie möglich schaffe und jo ich wünsche euch eine wunderschöne woche von mir aus könnt ihr ein wenig spekulieren in den kommentaren wie viel ich wiege und so weil die waage werde ich auch schwärzen und das geschwärzte kommt dann alles weg wenn ich die challenge challenge geschafft habe auf jeden fall wunderschöne woche genießt es hoffentlich wird es schön wieder draußen auf jeden fall das war es mit einem wizard abnehn challenge beginnt und jo peace out